Diese Pandemie hat uns erneut gezeigt. Wir brauchen eine starke Weltgesundheitsorganisation, eine starke WHO. Aber auch eine WHO, die sich ständig weiterentwickelt und den Herausforderungen anpasst. Um diesen Reformprozess zu besprechen, habe ich mich zusammen mit meinem französischen Amtskollegen Olivier Véran in Genf mit WHO-Generaldirektor Tedros getroffen. Deutschland unterstützt die WHO im Jahr seiner EU-Ratspräsidentschaft finanziell und mit medizinischer Ausrüstung. Insgesamt mit über 500 Millionen Euro in diesem Jahr. Das ist mehr Unterstützung, als Deutschland je zuvor in einem Jahr an die Weltgesundheitsorganisationen gegeben hat. Aber finanzielle Mittel alleine sind nicht alles. Es kommt auf die Strukturen an. Strukturen, die im Fall der Fälle schnell Unterstützung geben, wo es um Wissenschaft und auch Expertise geht und nicht zu viel um Politik. Deshalb starten wir jetzt einen Reformprozess, an dessen Ende die WHO noch schlagkräftiger ist.